Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es um was ganz cooles wie ich finde und zwar um einen Bügler der Firma Cleanmax und ich würde sagen ich fange gleich mal damit an euch zu zeigen was im Lieferumfang enthalten ist und danach zeige ich euch ganz kurz den Aufbau und zu guter Letzt selbstverständlich auch wie ich dann mit einem Hemd bügle. So dann würde ich sagen ich zeige euch erstmal was dabei ist. Natürlich hier unten das Gerät. Ich nenne es jetzt mal eine Art Föhn. Der erzeugt heiße Luft die hier raus strömt. Hier wird sie kurz gebremst damit der Luftstrom nicht zu intensiv ist. Hier ist eine kleine Teleskopstange. Können sie natürlich schön verstellen. Je nachdem wie groß eure Kleidungsstücke sind. Ich habe sie jetzt mal in meinem Fall nach ganz oben verstellt. Hier eine Art Kleiderbügel. Dann noch hier eine Muffe. Eine Art Überzug wo ihr dann am Ende euer Hemd bzw. T-Shirt oder Bluse drüber zieht. Und noch fünf solche kleinen Klemmen. Die sind eigentlich recht schwer wie glaube ich ca. 100 Gramm einer. Die könnt ihr nach unten an eurem Kleidungsstück befestigen. Um dass es nicht flattert und so weiter habe ich jetzt in meinem Fall noch nicht benutzt. Aber wer es braucht kann es gerne benutzen. Die lege ich jetzt erstmal beiseite und zeige euch ganz kurz wie man das Ding zusammenbaut. So wie gesagt diese Teleskopstange hier kann man natürlich aus dem Gerät entfernen. Einfach rausziehen. Sie ist auch nicht verschraubt oder so. Das Gerät kommt so komplett da muss man nicht zusammenbauen. Dann hier die Teleskopstange rein. Die gewünschte Höhe einstellen. Die Muffe drüber ziehen. Hier gibt es auch einen Reißverschluss. Den brauche ich jetzt in dem Fall eigentlich nicht. Hier unten ist auch ein kleiner Gummizug verbaut. Um es immer auf Spannung zu halten. Dann ziehen wir das hier elegant drüber. Also ich mache das auch einmal und dann bleibt das bei mir zusammengebaut. Ich brauche das jetzt nicht nach jeder Benutzung wieder auf- und abbauen. Für mich eigentlich zu umständlich. So hier der kleine Kragen. Hier muss ich noch dazu sagen, es sind ein paar Löcher, um die warme Luft auch entweichen zu lassen. Also das Gerät trocknet nicht nur. Also nein, es bügelt nicht nur, sondern es trocknet auch. Das finde ich sehr praktisch, wenn die Wäsche noch feucht aus der Waschmaschine kommt, dass man sie gleich im Anschluss sozusagen trocknen und bügeln kann. So. Hier unten, wie gesagt, noch drüber spannen. Das erfordert ein ganz klein wenig Geschick. Aber haben wir auch schon geschafft. So. Das wäre es dann auch schon. Eigentlich ist das Gerät sozusagen schon bereit. Ich kann es euch mal kurz zeigen, ohne eines Kleidungsstück drauf, wie es ungefähr aussieht. Dazu drehen wir hier unten an dem Anmacher, an dem Rädchen. Ist auch im Timer integriert. So. Das sollte natürlich nicht passieren. Ist mir jetzt abgerutscht. Ich habe es nicht richtig festgezogen. So. Jetzt müsste es perfekt funktionieren. Noch kurz ausrichten. So. Perfekt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So. Zur Demonstration. Hier ein ganz normales, schlichtes Hemd. Marke egal. Okay, jetzt sehen wir es sowieso schon. H&M. Ist auch leicht zerknüttelt. Oder zerknüttelt, wie man sieht. Jetzt ziehen wir der schöne Puppe das Hemd mal an. Und natürlich erstmal hier auch die Ärmel in die Hemdärmel. Sieht auf den ersten Pfleg natürlich ein bisschen kompliziert aus. Aber wenn man das Ergebnis dann sieht, entschädigt das den kleinen Aufwand, wie ich finde. So. Hier auch noch auf dieser Seite. Das ist wirklich ein kleines Gefummle. Aber. Wir haben es geschafft. Da muss man natürlich noch ein bisschen ausrichten. So. Dann knöpfen wir es mal zu. So. Als wenn ihr es euch auch anziehen würdet. Kleine Quizfrage am Rande. Unnützes Wissen. Herrenhemden. Haben die Knöpfe immer auf der rechten Seite. Und Damenhemden, beziehungsweise Blosen, immer auf der linken Seite. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Das Hemd zu zu knöpfen, wenn man es nicht selber anhat, ist ein bisschen schwer. Macht man ja auch nicht alle Tage. So. Knöpfe sind zu. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen ausrichten. Aber das haben wir jetzt. Ich hoffe, die Ärmel passen auch. Dann schalten wir das Gerät an. Und wir sehen, hoffe ich, dass es sich aufpustet und glättet. Dann schalten wir das Gerät an. Für hier unten, wie wir sehen, dafür sind die Gewichte gedacht. Dass man das hier zusammenheftet und dass es sich ein bisschen nach unten zieht. So. Das Hemd ist jetzt natürlich noch nicht vollständig glatt. Es lief jetzt ein paar Sekunden. Im normalen Fall sollte man es ungefähr drei bis fünf Minuten laufen lassen. Dann hat man ein perfektes Ergebnis. Natürlich, wenn das Hemd noch leicht feucht ist von der Wäsche, dann ist das Ergebnis noch um einiges besser. Und der positive Nebeneffekt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, es wird leicht getrocknet. Man sollte es natürlich zusätzlich lüften. Ansonsten entsteht Verdunstungsfeuchte in der Wohnung. Dadurch entsteht Schimmel. Das ist natürlich nicht so cool. Aber ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Bei weiteren Fragen zu dem Gerät oder zur Einrichtung oder Aufbau, wie auch immer. Einfach in die Kommentare schreiben sozusagen. Ich antworte schnellstmöglich wie immer. Und würde mir natürlich wünschen, wenn ihr für das Video einen Daumen hoch da lasst. Mir ein Abo da lasst auf meinem Kanal. Und wäre ganz cool, wenn ihr die Glocke alarmieren würdet, um weiterhin auf meinem Kanal nichts zu verpassen. Dann sage ich an der Stelle mal Ciao und bis zum nächsten Mal.